Vor ein paar Tagen hätte ich doch glatt meinen Milchkaffee verschüttet. Da sehe ich doch eine Schlagzeile, die da lautet, alle Unveganer sind Mörder. Also Unveganer sind Menschen, zum Beispiel Vegetarier oder so, die sich irgendwie noch von tierischen Lebensmitteln ernähren oder schon mal gegessen haben. Also zum Beispiel Fisch oder Wurst oder Käse oder Milch oder Joghurt oder auch ein Honigbrot, weil Honig wird ja auch von diesen kleinen Insekten eingesammelt, die da in so einer tierquälerischen Massentierhaltung in diesen kleinen, engen Waben leben müssen, was aus veganer Sicht eigentlich schier unvorstellbar ist. Und ja, jetzt sind Sie wahrscheinlich auch ein Mörder, gell? Die ganze Welt ist nach dieser Definition voller Mörder. Die Welternährungsorganisation, die FAO, hat festgestellt, dass über 60 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche unseres Planeten, dass über 60 Prozent sich nur und ausschließlich für die Haltung von Tieren eignen. Denken Sie nur an die riesigen Weideflächen in Südamerika oder Australien. Und da kann man nichts anderes machen als tierische Lebensmittel produzieren. Tja, die hätten da nichts. In Deutschland sind 30 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche absolutes Grünland. Das heißt, nur geeignet, um da Tiere weiden zu lassen oder um da das Gras zu mähen, Gras-Silage zu machen und es dann an die Tiere im Stall zu verfüttern. 75 Prozent aller Futtermittel in Deutschland sind Heu, Gras, Gras-Silage oder Mais-Silage. Tja, und das gäbe es da nicht. Da gäbe es nichts zu essen. Da hätten wir dieses Fleisch nicht und diese Milch nicht und diese Eier nicht. Und dann hätten wir natürlich viel mehr Hunger auf der Welt. Es wären also nicht mehr Menschen satt, wenn man über 60 Prozent der Fläche gar nicht nutzt. Dazu kommt aber noch ein bisschen was, weil die Veganer speisen ja auch. Die trinken dann zum Beispiel einen Orangensaft und dabei bleiben dann die Orangenschalen übrig, weil die essen sie nicht. Aber die kann man verfüttern. Oder vielleicht trinkt er mal eine Veganer eine Flasche Bier. Da bleiben Bierträber übrig und die werden verfüttert. Und insofern sollten die Veganer durchaus mal einen dankbaren Blick den Menschen schenken, die in der Lage sind, ein Wurstbrot zu essen oder ein Käsesemmel oder sowas. Weil die sorgen dafür, dass das auch noch verwertet werden kann, was der Veganer im Rahmen seines Luxuskonsums dann übrig lässt. Tja, und auf diesen Weiden, auf diesen riesigen Flächen auf dieser Erde, da wächst kein Getreide. Da kann man kein Brotweizen anbauen und kein Gemüse und auch kein Obst. Und würde man jetzt zum Beispiel das tierische Eiweiß durch Pflanzeneiweiß ersetzen, dann müsste man dafür extra Flächen nehmen, beste Böden, um darauf zum Beispiel Brotgetreide anzubauen. Und die Australier, vor allem der Professor Mike Archer von der Universität New South Wales, die hat das Ganze einmal nachgerechnet für Australien. Also haben wir geschaut, was bräuchte man da. Da bräuchte man also erstmal, um zum Beispiel 100 Kilo pflanzliches Eiweiß zu gewinnen, da bräuchte man über einen halben Hektar, wo man einen gescheiten, guten Weizen auf bestem Boden anbaut. Und auf diesen Flächen natürlich, da wo man dann den Weizen anbaut, da leben Mäusefamilien. Und diese Mäuse finden das natürlich sehr gut, dass es da so viel leckeres Futter gibt, was Mäuse problemlos fressen können. Und deshalb muss man sie bekämpfen. Und da hat man mal ausgerechnet, wie viele Mäuse jedes Jahr in Australien abgemerkt werden müssen, damit man an die 100 Kilo pflanzliches Eiweiß kommt. Und da kommt rein rechnerisch, kommen 55 Mäuse heraus. Das können vielleicht einmal 30 sein oder 20, andermals sind es 80. Und es gibt vielleicht erst noch viel, viel mehr Mäuse da. Und deshalb müssen die ständig bekämpft werden. Und da werden die auf eine wenig freundliche Weise halt dann vergiftet, bis sie dann tot sind. Aber jetzt muss man nicht bedenken, dass diese Mäuse ja häufig gerade werdende Eltern sind oder so. Das heißt, die haben dann noch irgendwo ein Mäusennest, wo junge Mäuslein drin sitzen. Dieses süßen, rosa Tierchen, die darauf warten, dass ihre Mama wiederkommt. Und dann fiepen die so ein bisschen an diesem Singsang, diesem Gefiepse. Damit locken sie die Mutter zurück. Das ist ganz ein leises Geräusch, ein leises Lied. Und das sind ja viele solche Nester, die da auf so einem Hektar sind. Ja, und dann kommt die Maus nicht mehr zurück. Und die Mäuslein da drin sind im Nester und es wird kalt und dunkel, haben Hunger. Vielleicht schafft sie es gerade noch und gibt ihrem Nachwuchs die vergiftete Milch. Und muss mit ansehen, wenn sie selbst stirbt, will sich ihre Jungen zu Tode quälen. Also ethisch ist diese Form des Mäusetötens ganz sicher nicht. Deshalb, liebe Veganerinnen, denkt dran, wenn ihr euer Früchtemüsli esst, dass dafür haben viele süße, kleine Tiere Mäusefamilien, wo die Jungen so gern gesungen haben, sterben müssen. Aber es bleibt nicht dabei, denn man kann ja das Getreide so nicht essen. Wir sind ja keine Mäuse. Mäuse können das aber wir nicht. Also dann verarbeiten wir das mal zu einem Früchtemüsli. Kein Problem, brauchen wir Obst. Und wo bekommen wir das Obst her? Das bekommen wir von den entsprechenden Plantagen. Bei uns sind das Niederstammplantagen. Da hat man entsprechenden Ertrag, kann es leicht ernten, hat ein gutes, angenehmes, erfreuliches Obst. Aber das Problem ist, da gehen die Wühlmäuse rein, die Schermäuse. Und deshalb haben die Obstbauern, vor allem da, wo man richtig produziert, ständig Probleme mit diesen scheiß Viechern. Und da müssen sie auch abgemurkst werden und sie werden schön sauber vergiftet oder sonst wie um die Ecke gebracht. Das muss man kontinuierlich machen, sonst wird man dieses Viehzeug überhaupt nicht mehr los. Und wenn man es mal los hat, muss man weitermachen, weil die kommen von außen wieder rein. Weil die freuen sich ja auch, wenn sie was zu fressen haben. Die fressen nicht das Obst, die fressen die Wurzeln von den Obstbäumen. Tja, und dann müssen diese lieben Tiere um die Ecke gehen. Und dann geht es weiter. Dann kommen wir zum Getreidesilo. Und damit man da raus aus dem Getreide irgendwann Flocken machen kann, muss man das ja vorher aufheben. Und in den Getreidesilos kommen spätestens im Herbst, wenn es ein bisschen kälter wird, kommen die Nagetiere rein. Die Ratten sind meistens schon ein bisschen da, aber da kommen die Feldmäuse, die man noch nicht vergiftet hat. Und die finden das ganz toll, dass es so viel zu fressen gibt. Und für sie ist das ja was Gesundes. Tja, und da müssen die auch vergiftet werden. Und wie die meisten ja wissen, sind Mäuse und vor allem Ratten ganz gelehrige, schlaue Tiere. Also ein richtig kluge Viecher, das sieht man auch an den wachen Äugleinen. Und weil sie so schlau sind, muss man sie auf eine Weise vergiften, die höchst unerfreulich ist. Damit die nicht rauskriegen, wie man sie vergiftet hat und was das war, nimmt man Gifte, die ganz langsam wirken. Und wo der Todeskampf der Tiere sehr, sehr lange dauert. Also ein Früchtemüsli. Das ist schon, jetzt rein tierschützerisch betrachtet, etwas zutiefst Unethisches. Natürlich kann man das essen, aber muss es sich eingeschieden, sollte es so fair sein, was damit halt alles verbunden ist. Und wenn der Metzger zum Beispiel eine Leberwurst über die Theke reicht, dann weiß ich, dass das anständig passiert. Und dann weiß ich, dass ich mich nicht schämen brauche, weil die Tiere, und das hat er auch gelernt, werden vorher betäubt, dass die gar nichts mitbekommen. Und danach werden sie dann geschlachtet. Das geht ganz schnell. Die Veganer hingegen, die lassen töten. Sie machen sich die Finger nicht schmutzig. Sie lassen töten und tun so, als hätten sie damit gar nichts zu tun. Würden die Veganer die Tiere alle selbst töten müssen, die in ihrem Auftrag um die Ecke gebracht werden, dann würden sie mit Dankbarkeit und Respekt in der nächsten Grillstube sich als Steak von einem gut gereiften Weide-Rind kommen lassen und dieses mit Dankbarkeit und Appetit verspeisen. Mahlzeit!